Die Maja hat mir euren Schlüssel gegeben. Ich hab, ähm, ich hab Brötchen gekauft. Und? War es gestern so was? Die Kleine mit dem großen Durst hat nach dir gefragt. Die immer da ist? Die immer da ist. Okay. Gestern hat sie sich dann richtig die Kante gegeben. Also, nicht wie sonst, sondern richtig. Geht das denn noch? Oh ja. Ja. Irgendwann ist sie dann mit dem Kopf auf die Theke geknallt und hat danach gefragt, welche Idiot es gewesen sei. War das jetzt scheiße, dass ich letzte Nacht hier gewesen bin? Wo die Liebe hinfällt. Das mit uns, das... Mit Maja? Nein, das mit uns beiden. Ich hab mir damals, ich, also, ich wusste bei dir nie, woran ich wirklich bin. Und was soll ich sonst noch machen? Hast du gewusst, dass es in den Andendörfern gibt, die von der Außenwelt fast gänzlich abgeschnitten sind? Ähm, nee. Die haben sich ihre eigene Kultur fast komplett erhalten. Der Weg dorthin ist so schwer begehbar, dass da kaum jemand hochkommt. Einfalls mit einer spitzen Ausrüstung. Willst du, ich, ich meine, wolltest du da schon immer mal hin, oder? Ah, guten Morgen, ihr Schlafmetzen. Hi, Anja. Hi. Na, habt ihr schon gefrühstückt? Nee, ich war... Er war Brötchen holen. Ah, du bist so süß. Süß. Geben wir den Tisch? Ähm, ich deck noch schnell den Tisch. Bis bald. Tja, ich glaube, ich muss heute eher im Baumarkt sein. Wir stellen Maja noch schöne Grüße, ja. Wir stellen Maja noch ein bisschen, ich bin nehm, ich bin nehm, ich bin nehm, ich bin nehm. Also, ich bin nehm.